Fehler von Röth und Dubnyak. Hier der Fehler von Röth. Und dann zeigte Duhle das auch mit zwei. Sonst da für die Flensburger abzuschließen, aber nein, gleich wieder formiert. Gutes Rückzugsverhalten. Gutes Rückzugsverhalten. Dort geht's an. Die Nägel wissen, wenn er hoffentlich weiterhin fit ist. Super Anspiel. Helfen kann, ist ja gut. Und jetzt die einfachen Tore. Der Wechsel natürlich. Landin, Dubnyak und Dritt. Wird heute Nacht schlecht träumen, glaube ich. Dubnyak im Gegenzug. Meterpunkt. Aber auch er ist heute schon an Niklas Landin gescheitert. Wer nicht?